Kann sein, dass Farid die wieder beleidigt, äh, rappt so, als hätte er irgendwas im Arsch und so. Bruder, das ist cringe, Bro. Hey, was ist los heute, Digga, mit George Rave? Wir dachten viele coole Releases und so, Digga, aber irgendwie ganz cringe. Auf Shirin David angelehnt, ich schwöre, gib mir richtige Shirin David Vibes, nur männlich halt. Voll cringe.